Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Multiplayer auf der Südhemmann in der Version 10 mit dem Ansgar von NordradTV Play und dem Sachsen-Netzplayer. Hallo. Hallo. Bin da mal froh, wenn ich meine Sehmaschinen abgeben darf. Ja, mache ich. Lassen Sie mich rein. Ich habe noch eine Bahn, dann ist das Feld hier fertig. Dann melden Sie sich bitte. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ach ja. Gut. Nachdem Ansgar er mal ausgiebig wieder gelacht hat, hatte man schon lange nicht mehr. Nach meiner... Die Kutsche war das letzte Mal, ne? Genau. Ich glaube, irgendwas war es da, ja. Ja, Schule kann schon lustig sein. Das muss man lassen. Also ich bin, glaube ich, einer derjenigen, welchen, die die Schule nicht vermissen. Gar nicht. Ich bin jetzt mal so... Nee. Sag mal so. Ich habe einfach jetzt momentan sehr viel mehr Spaß in der Arbeit, als wie jetzt in der Schule damals, weißt du? Deswegen muss ich sagen, ja, Schule ist zwar wichtig und so weiter, ja, ganz klar. Aber jetzt solche Späßchen, wie Ansgar gestern erzählt hat und sowas, das war bei uns ganz, 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 ganz selten. Das war wirklich einmal im Jahr und das war es dann auch, weißt du? Oh, wow. Das ist echt an der Tagesordnung. Nee, die Tagesordnung war es bei uns jetzt auch nicht. Also die Tagesordnung ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es kam schon häufiger vor, sag ich mal. Also es war eine Masse vieler kleiner Streiche, wo jetzt nicht so... Zum Beispiel konnten wir aus unserem Fenster raus schauen auf den Schulhof und da standen dann auch immer ein paar Leute. Und dann hat sich irgendjemand mal einen Spaß genommen, einen Eimer genommen und hat da Wasser reingefüllt und hat es natürlich nach unten gepfeppert. War natürlich dann im ersten Moment ganz lustig, weil die Leute nass waren. Irgendwann ist das ein bisschen schief gegangen. Also es kam ein Lehrer zu und so meinte, ihr wisst schon, dass unter euch direkt das Lehrerzimmer ist und dass die Lehrer das sehen. War dann schon, war also schon, wir waren öfter Thema im Klassenzimmer, Lehrerzimmer, aber das war dann schon so das erste Warnsignal. Und dann irgendwann ist es schief gegangen, dann hat jemand auf dem Heft von einer aus der Klasse unter uns das Wasser geschüttet und die war wenig begeistert, weil das ganze Heft nicht mehr zu gebrauchen war. Da war alles, das war so ein Matheft, da standen alle möglichen Regeln drin, also alles nicht mehr zu gebrauchen und die kamen wutschnaubend nach oben. Und das war dann auch das letzte Mal, dass es gemacht wurde. Aber solche kleinen Späßchen wurden öfters mal gemacht. So, Randy, der Fan steht bereit. Freundlich, Moment. Gut, naja, dann könntest du ihn in den Radlager. So, haben sie alles richtig eingestellt? Ja. Natürlich. Freundlich. Nein, nein, nein. Bin ich richtig? Was? Doch, doch, passt. Wir brauchen noch ein bisschen Kraftfutter, wa? Jo, jo. Können diese beide anmischen. Was mir aus Instagram reinfällt, der Schule so dieser IT-Unterricht da, oder Mediengestaltung, wie der Kack bei uns hieß, das war ja auch immer so stinkend langweilig, jedenfalls für mich, weil da wurde dann den Noobs der Noobs halt beigebracht, wie sie mit World und Excel umzugehen haben. Und was die Gefahren im Internet sind und alles, das hat mich natürlich damals relativ wenig interessiert, weil ich es schon wusste. Und ich habe dann immer die Zeit genutzt, um damals an meiner eigenen Homepage zu basteln, die heutzutage leider nicht mehr existiert. Schade drum. War eigentlich komplett für den Arsch, aber ich habe mich halt damals interessiert, deswegen habe ich es gemacht. Ich wohne damals in meinen ersten Erfahrungen, was Homepages und Internet und die ganze Kacke da anging. Neben dem WoW-Zocken, versteht sich. Jo, konnte man machen. Die anderen haben sich auf Jamba.de die Real-Töne angehört oder auf Music Load. Oh, war das noch? Das war noch die Zeit von Music Load, ja. War das Crazy Frog und so weiter? Ja, so eine Kacke. Oder damals hier, ach, was war denn das damals? Tokio Derry hier durch den Monsoon. Ah ja. Bushido war da dritte von der Skylines und Bordstein zurück in der Phase. Und die Firma hier mit die eine, die eine oder keine, ne. So eine Kacke. Also das war so der Zeitraum so circa. Ja, da haben sich die meisten dann halt immer darüber halt diese Preview-Dinger angehört. Also sprich 30 Sekunden von diesem Gedudel. Ne, weil man kannte damals ja nichts anderes, ne. Sowas wie YouTube gab es zwar schon, aber noch nicht für Musik. Und deswegen, der andere hat sich dann bei Jamba.de halt immer diese lustigen Crazy Frogs, Clips angeguckt oder die zwei Tassen. Ne? Ja, genau. Ne, du erinnerst dich an dieses nervige Gelümbel da. Ne, das war auch immer so das andere Highlight. Da hatten wir ihn in der Klasse. Der war schon, ja, das war halt, ich glaube André, André, Andreas. Andreas hieß der Klobe, der hatte sowieso einen Schuss weg. Der war dann immer auf Seiten unterwegs, die man nicht besuchen sollte. Schon in der damaligen Zeit. Bis er dann irgendwann mal Verbot bekommen hat. Weil er es dann mal fertig gekriegt hat, ein Abonnement abzuschließen. Über Schulrechner und über die Schul-IPs. Sodass die Schule da eine Abmahnung bekommen hat im vierstelligen Bereich. Oh. Ja. Das muss man halt auch erst mal schaffen. Das muss man halt wirklich auch erst mal schaffen. Ach ja. Ja, und so ging das hin und her, ne. Das war damals der IT-Unterricht. Ja, und die anderen. Was war eigentlich noch so gang und gäbe? Jamba, das, jenes. Ah, und irgendwelche kostenlosen Flash-Spiele. Weißt du, was es heute noch so gibt. Ja, aber ansonsten. Gut, bei uns auch immer mit dem Affen oder so. Da gab es immer so Affenspiele. Genau, genau. So ein Wilder. Das habe ich in der Grundschule auch schon fertig gekriegt. Weil ich damals zur Grundschulzeiten hatte ich halt einen richtig schlechten Rechner. Also Windows 95 98 noch der Jeme. Ich hatte aber immer Computerbildspiele gehabt. Und da hattest du ja doch damals, wenn ich die Spiele installieren wollte, so eine komische Ampel gehabt. Ne, grün, du kannst spielen, gelb wird kritisch, rot, du kannst nicht spielen. Ja, und dann war bei mir grüßen jetzt alles rot. Da habe ich die Dinger einfach mit in der Grundschule genommen. Und wir hatten damals in der Grundschule für jeden einen Computer gehabt. Warum auch immer. Das war halt damals irgendwie so. Ja, und dann habe ich halt da immer die Spiele drauf installiert. Ne, Autobahnraser, irgendwelche Motocross-Dinger. Boah. Da habe ich halt damals, bevor dann der Urnerricht losging, halt da das Zeug gezockt. Oder auch während des Urnerrichts, hat halt einfach keinen interessiert. Ne, also doch schon, aber sie konnten wenig dagegen machen. Aber ich finde es auch gut zu, dass sie mich das machen lassen haben, weil somit habe ich die Faszination Computer entdeckt. Ja. Hm. Ja. Ja. Ich weiß noch genau wie bei uns, äh, ziemlich am Anfang der Informatikunterrichts-Word erklärt. Ja? Mhm. Da hat es eine, eine, eine Mädel gegeben praktisch. Der Lehrer hat das vorgezeigt auf der großen Pinnwand oder Tafel damals. Ja, ihr, 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 ihr tappt jetzt, also ihr drückt jetzt so lange Enter, bis ihr ganz unten seid. Und dann drückt ihr einmal die Seite aus. Das war die Aufgabe. Die erste Aufgabe. Ich kann es mir denken, was jetzt kommt. So. Das Mädel drückt auf die Taste drauf. Fünf Minuten, sechs Minuten, wir waren 30 Leute, ne? Bis da jeder vorne sein Blatt ausgedruckt hat. Sie drückt immer noch drauf, drückt immer noch drauf. Dann der Lehrer irgendwann, ja, wer fällt denn jetzt noch? Und sieht er so, ja, hier, und er geht dann hin, drückt aus. So, was passiert? Es kommen ungefähr 150 oder 160 Seiten raus, weiß. Und sie wird dann vom Lehrer länger bei breiten zusammengefaltet, was das für den Scheiß soll und was sie hier eigentlich macht. Das war die erste Stunde, das war Gold wert, ey. Das ist Wahnsinn. Gott sei Dank war es noch weiß. Ja. Aber das war, er hat gedacht, alter Schwede, wie, warum? Ja, sie hat halt wirklich aufs Ende gewartet, bis Ende dargestellt. Ja. Sie dann halt als Begründung, ja, es gab immer eine neue Seite, ich habe immer weitergemacht, ne? Ach, ne. Ja, das hat man halt nicht. Dann gab es natürlich auch solche Spezialisten bei uns, die der Meinung waren, dass sie sich über die PCs in der Schule ein paar, sagen wir mal, wie nennt man das, Erotik-Seiten besuchen sollten. Mhm, mhm. Und das Coole war, also was heißt cool, das Geile war bei uns, dass der Lehrer... Irgendwas dieses Wortes. Ja, richtig, dass der Lehrer Zugriff auf alle PCs hatte von vorne und konnte den Bildschirm aufrufen von demjenigen, den er gerade angepeilt hat, ne? Also meinetwegen, jeder PC hat eine Zahl gehabt, das war der PC 22 und er hat dann mit diesem Programm, was bei ihm installiert war vorne, auf den PC 22 zugreifen können und das Bild des PCs 22 auf den großen Projekte projizieren. Mhm. Ja, ist natürlich ganz schnell eingefahren, wer da an dem PC 22 sitzt und jetzt gerade sich Erotik-Seiten reinzieht, weißt du? Wurde dann immer länger, immer breiter zur Sau gemacht und wurde dann direkt zum Direktor gebeten. Ja, ne, das hatten wir auch so, dass der Lehrer vorne das Kontrollgerotze da hatte. Das Schöne war aber, das Admin-Passwort war sehr schwierig bei uns, also ich wusste es. Nutzername, Administrator, Passwort, Administrator. Ja, so dumm war das, wirklich so dumm war das, da habe ich mich damals schon drüber lustig gemacht. Und die Lehrerin, die wir da in diesem IT-Bereich hatten, die hat halt auch so getan als, also ich meine, die ist nett, ne? Heute würde ich noch sagen, wirklich eine nette Frau. Aber so aus heutiger Erkenntnisstand würde ich mich eigentlich nur noch über sie lustig machen. Damals hatte ich noch gedacht, naja gut, die hat wirklich Ahnung, aber die hat halt wirklich gar keine Ahnung von der Materie. Ja, naja, also das war alleine schon mit Admin-Admin, das war schon halt bekloppt und sonst wie, das ist genauso wie Staus. Ja gut, aber oft passiert es halt echt auch, dass Lehrer irgendwas unterrichten müssen, wovon sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Ja, aber dann sollten sie es doch einfach lassen, weißt du? Nein, das geht ja nicht, du kannst es ja nicht ablehnen. Du musst es machen. Nee. Also wenn ich der Schüler besser auskenne, das ist wieder Lehrer, ne? Ja, das ist eine missliche Lage, aber du kannst ja nicht sagen, das ist ja Arbeitsverweigerung. Und du kannst ja nicht, das geht ja in einem normalen Job auch nicht. Machen Sie mal bitte das und das. Nee, mach ich nicht, mach ich nicht. Hab ich nicht studiert, das. Hab ich, hab ich kein Bock drauf. Geht halt nicht. Ach, sie war, sie war nebenbei halt noch der erste Stellvertretung von der Schulleitung. Also müsstest du auch immer sehr freundlich bleiben. Aber naja, die erste Lehrerin, die wir hatten, die wirklich, ist angenehm, also bis auf unseren letzten, weil das ein Mann war. Aber die da, die wir davor hatten, die noch relativ angenehm war, die war auch gleichzeitig Musiklehrerin. Die hatte ja dann mit mir Gott sei Dank diesen Deal halt ausgefochten, dass ich halt immer irgendwelche schriftlichen Prüfungen machen musste und ich danach benotet worden bin, weil sonst hätte ich Musik halt komplett verkackt und wäre in der Klasse nicht weitergekommen. Aber die war doch noch so freundlich. Gut, ja, im Nachhinein gesehen würde ich auch abstreiten, dass sie singen kann aus heutiger Sicht, aber damals war es halt scheiße gerne. Wir hatten tatsächlich einen Deal mit unserer Musiklehrerin. Den Deal hat sie aber wohl mit allen Klassen gemacht, hab ich dann gehört. Wenn wir uns gut benommen haben, gehören die letzten 10 Minuten uns und wir können auf der großen Anlage, die damals im Musikraum war, können wir unsere Musik abspielen lassen. Die letzten 10 Minuten der Stunde. Bushido. Das war das Problem. Dann kamen solche Sachen, ich weiß nicht, was kamen. Irgendwer hat dann die Titelmusik von Sailor Moon auf eine CD gebrennt und hat die mitgenommen in die Schule. Oh, hör auf, das ging sowas von in die Hose. Sailor Moon, Alter. Weißt du, ich kenn das nicht, aber ich kann mir vorstellen, was es ist. Mit der Macht des Möndes in der Sinne. Ja, hör auf, ey. Nein, 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 nein. War bestimmt noch beliebtes in Nord-Lazer. Irgendwann hat dann jemand umgeschalten und dann kam Heaven is the Half-Pipe oder irgend sowas. Alles klar, ich muss mal kurz da jetzt Dinge entführen. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Glaube ich weiß die Antwort schon, ja? Dann sag erst die Antwort. Du wirst wahrscheinlich Mischfutter holen. Okay, dann bin ich raus. Ich wollte fragen, ob wir uns einen Schwader kaufen können. Wir haben ja Follow-Me, oder? Jo, es durfte Follow-Me drin sein, ja. Mach mal eine Liste. Pro und Contra. Wir brauchen solche Massen an Gras, dass es einfach völlig ineffektiv ist, wenn wir uns vorne den Dings dran machen und dann immer hinterher direkt aufsammeln. Wir brauchen mehr. Ja, und deswegen würde ich gerne mit zwei Traktoren fahren. Einer, der nur mäht, also alle drei Mähwerke dran hat und einer, der dann schwadert und einer, der es aufsammelt. Bin ich okay. Von mir aber. Aber die Kohle wird nicht reichen. Doch. Ja, für den Zweischwart reicht es. Wir brauchen ja nicht den Mäger, oder? Ne. Für den Zweischwart reicht, meines Erachtens. Ja. Wir brauchen da drin. So, hast du schon. Ähm, darf ich wehen gehen, oder? Ich habe dir noch nie genutzt den Follow-Me-Mod, deswegen bräuchte ich gleich nochmal eine Erklärung, wie das funktioniert. Achso, du willst mit Follow-Me machen, okay. Ja, oder? Wenn du, wenn wir das zu dritt, wir können auch die Wartezeit überbrücken. Eben, ich hätte dir jetzt geholfen, dann können wir das ganz fix... Ja, machen wir das doch so. Haben wir eine Werkstatt am Hof? Nee, ne? Doch. Wo denn? Hier hinten hinten. Ah, okay. Haben wir doch damals extra reingezimmert. Ach, jo. Weil es ja damals bei meinem ersten Traktor hieß, was soll der Scheiß? Ja, der war aber auch zum Kotzen, weißt du, da musst du wirklich sagen, also der war... Also, liebe Zuschauer, er hat gerade Fan zum Kotzen genannt. Nein, das ist nicht richtig. Der Spaß mit Fan. Ist eine wunderbare Marke, aber die Kombination, wie du es gemacht hast mit den Settings-Reifen, die hat bei mir Wirkreiz erzeugt, weißt du? Also, da macht ein anderer YouTube-Kollege Klicks damit. Das ist richtig, aber sowas unterstütze ich einfach nicht, weißt du? Ach. Wer denn? Du bist nicht Mainstream. Das ist okay. It's okay. It's okay. Your time is over. Das ist auch okay. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Morgen geht es dann weiter auf der Südhemmer. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao. Mitteln.